Guck mal hier irgendwie drauf. Ah ja, da. Ah ja, die sind ja zum Glück nicht. Quatsch ist nix. Alles ruhig. Aber ist ja nicht die selbe, selbe Lager, wo wir schon mal durchgelaufen sind als mit Wien? Ist ja gut. Was machen die hier eigentlich? Alles im grünen Bereich. Ja, denkt, denkt das nur. Denkt er so ruhig. Okay. Äh. Haben wir, glaube ich, den Ding mal nicht, weil wir uns da durchkämpfen müssen, oder? Die Videos sind mir eh noch nicht. Hui, wir sind viel schneller als die. So. Da, wir sind da. Ah ja. Da oben. Malo. Ah. Malo, okay. Der nächste, was nun? Malo. So. 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 Malo, hier. Wie ich weg? So. hat vielleicht ein fehler ja wir drauf war so lecker die wegschleifen oder so da gleich heute für ihn mir immer noch hat er jetzt schon mal im vorgegengang schon kritisiert wenn man die heute nicht halten kann diese typen wo ist der typ der nachgucken soll mach mir ich mache jetzt alle platt nacheinander weil ich es kann und noch mal tan und noch mal warten das ist doch cool irgendwie was ist denn eigentlich für ein symbol da irgendwie rüber so wiii immer lustig wie der Motherfucker als hier Dingens sind es ist so lustig wenn ich alle abmetzeln aneinander das macht Spaß und die überhaupt hier war noch einer so nö dich hört keiner mehr du bist mich allein gelassen worden so ich muss mal aufpassen das Ding muss ich mal kaputt machen geht gar nicht kann ich nie kaputt machen dieses Teil ist ja doof da ist auch noch eine geschützte wo ist hier noch ein Typ wohin da was ist das ach so ein Energiedingen wo man mich aufladen kann warum bring mal bring mal gar nicht so viel wenn man es genau betrachtet wie ist gar keiner mehr am Leben alle tot na sowas na sowas was ist denn hier passiert liegen alle tot rum keine Lust mehr ja keiner mehr am Leben ha haben alle weggeräumt wie sich gehört aha hier ist ein Teil holen Sie den Kopf des München Sicherheitsoffiziers jawoll jawoll ja äh häh Wieso haben die mich gesehen wieso haben die mich gesehen jeder jubel 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 So. So. Na ja, der wird mich sehen, der andere. Aber der muss ich trotzdem. Ja, der ist hin. So. Hol' ich mal nen Tanti sofort wieder, das ist bisschen blöd. Ich müsste den Herrn so... Äh, wo ein anderer? So, noch nen Zweiter, muss der? Wo ist der Typ? Ich will alle erledigen. Ich bin mein Verdächtiger, ich will ein paar Trophäen sammeln. Wo ist der? Wo ist der Zweiter abgeblieben? Wo ist der Abgeblieben, der Typ? Wo ist der Abgeblieben, der Typ? Da auch noch von gewartet hat. Da haben wir noch so'n Energiegenerator. Ach, wir haben so'n Teil wie uns auch. Doch, keine Dinge kaputt machen? Nee. Schon ein bisschen komisch, wo der Zweiter abgeblieben ist. Ist der wieder reingelaufen? Weil er keine Lust hatte? Ja. Weil jetzt hab ich noch... Tote Leichen, äh... Tote Leichen, wieso er denn heißt? Ja? Ja? Ja. Tote Leichen, wieso? Ja? Ja... Ja, das ist ein Problem für denистenzler. Ja, ja. Ja, ja. Der lebt uns wieder auf komplett, ah ja, allein ist zauber. Die Teilung ist hier mal wieder unbegrenzt. Okay. Wir haben es voll erlebt, Typen. Wir haben wieder eine Spritze gekriegt. Kann ich mal nehmen. Noch, noch, noch so ein Dingens. Okay. Hm. Okay. So müssen wir eigentlich hier lang. Hier hoch. Eigentlich ist es nicht ungefährlich, wenn wir hier irgendwas machen. Kontrollpunkt. Netzhaut Scanner. Gelangen Sie durch einen Todesstoß an den Kopf für Sicherheitsoffiziers. Nähern Sie sich ihm und drücken Sie bei Auffordung E. Töten Sie ihn auf eine andere Art. Ist die Mission gescheitert? Ah ja, aber ich muss ja jetzt... Ich muss irgendwie aufpassen, dass ich jetzt... Was mache ich jetzt hier? Kann ich mal nicht durch die Wand gucken? Keine Ahnung, ob dahinter jetzt... Ob der jetzt kommt? Ah! Erwischt! Ohne den Kopf entfernt. Was zum Teufel haben wir jetzt gemacht? So, gleich wieder tarnen! Einer ist weg! Dann wird jetzt mit ihm los! Kopf sammeln! Aha! Ah! Was ist das? Ist das der? Ich kann ja eh halten. Bumm! Hab ich gemacht. War ja nicht so schwer. Jetzt abzuschalten. Das stimmt hier. Auf dieselbe Art und Weise. Ah ja. Mensch mit dem Kopf. Ah ja. Können wir ihn mal mitnehmen? Cool. Wir sind... Irgendwie gewissermaßen interessant. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Muss ich hier normal raus? Kommst du denn her? So. Uaaaaaah. Wann kommt der denn jetzt her? Aber war schon alles zu gut. Deswegen kann man ihn auch ablocken, ne? Äh. Ey. Diese Kamer... Das tut eigentlich mal zu einer Kuh irgendwie. Oh. Muss ich hier wieder raus? Kommst du denn her! So. Komm her. Noch einer, hä? Er zieht Alter Noch einer hier Ich hab gar keinen Ach, da seh ich auch Dieses Symbol oben Er hat den Pfeil Oh, du auch? Ob ich spieß? Jawohl Hat ja nun was Ah, du warst so lang So, gleich mal Gut zu nehmen Alles im Bach runter Ja, ist tot Oh, man hat eine kleine Reaktionszeit Weil Ja, weil man einfach hat Man kann ja also quasi ungeschadet Erlebt ja Einmal so ein Nahkampf Spiel Wie der Rebellen-Vorgänger Im Grunde auch seiner Zeit Ne, ich seh die Jetzt gar nicht mehr Weil ich keine Lampe habe Und nix dergleichen Die andere Musik Ich hab ja auch noch nicht Den anderen Den Elektromodus Ich hab keine Ahnung Ob hier irgendwas kommt So Ja, ganz klassisch Ich finde es Ah ja Ah, da war der nächste Hier war noch ein Loch irgendwo vorher, oder nicht? Okay, und da drauf Okay Okay Okay, da müssen wir wieder ein paar Leute erledigen Hier Hui Da müssen wir hin Hier unten waren noch irgendwo irgendwelche Aber kommt wahrscheinlich noch nicht hin, wa? Da Ah Ablenken Ablenkungen Das ist gar nicht Und auch Und dann kann sie aber nur in den Film im Grunde In den Spielen Richtig cool im Grunde So Tut mir leid Kopf abgerissen Mit der Wübelsäule Das ist schon Ist schon cool irgendwie Ist schon cool irgendwie Aber Die Wübelsäule ist jetzt erledigt Und aufgespießt Wie es sich gehört Ey Das ist immer ein bisschen So, mal gucken Wo kann ich den denn hin schicken Und dann ist das irgendwie cool gemacht, ja? Muss man mal sagen Es geht da wirklich eher die Tarnung über Aber ich frage mich warum wir nur den einen Sichtmodus haben ehrlich gesagt Weil das verstehe ich nicht ganz Wo ist der jetzt eigentlich abgeblieben? Na Ja Scheiße So Warte, ist auch nichts passiert Es war ja nicht so schlimm, dass man mal kurz gesehen hat Hat nur den Tod kommen sehen Im Grunde So Da müssen wir hin Da ist noch so ein Teil da oben Wie kommen wir da denn hin? Man hüpft hier ein bisschen rum, aber man hat ja keine Ahnung Guck mal, wenn der Oma hier rumhüpft So, wie guck ich jetzt da Kommen wir da hoch? Ah Kommen wir da Er ist bisschen krummisch Da guck ich aber trotzdem nicht hoch Was kann auch denn da? Ich kann da hoch Was ist denn da? Ich glaube ich habe hier keine Tarnung an Weil ich Weil ich gerade so Weil ich halt so offenbar so Motorismusmütig bin Okay So So So